Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Teil von Let's Play Conker's Bed 3D und ich habe mir diesmal wunderbare Unterstützung mit ins Boot geholt und zwar den Reddix. Oh du Schleimer. Ja, ich weiß, ich bin richtig eklig. Hallo, ich bin der Reddix, und so. Und ich, ja, nix und so. Oh nix. Und du, nur das heute, mir beim Spielen zu gucken. Ich fühle mich so geehrt, ich bin trotzdem von Gott, die Küstes kennt, wie du das gesagt hast. Ja, ich habe ja auch 20 Abonnenten. Hauptsache ein mehr als Jazz. Ein mehr als Jazz, das war mein Berg. Ja. Das war mein Berg, ich bin groß. Kennst du Conker? Ja, ich kenne Conker. Hast du schon mal selber gespielt? Ich spielte nicht, aber ich habe mir schon ein Let's Play. Aber meins ist bisher das Beste, oder? Ich weiß nicht, ich habe das nicht angeguckt. Oh, Mist. Mein Mikrofon wird immer leiser, meine Fresse. Ja, das ist echt, das geht mir voll auf den Sack. Das ist das einzige Schwul an Windows 7. Nein! Oh, ich hasse, ich hasse die Drecksviech. Aber was ist... Oh, es ist ein Kökonomie weg. Agriere aber next, next shit. Ich hasse diese Biste, ohne Scheiß, die gehen mir so auf den Sack. Pisset euch, es ist wie in Ruhe. Mein Gott, was hast du ein Stück Schokolade verloren, hat viel zu tun. Oh, hin. Jetzt bin ich nicht mehr so süß wie vorher. Oh, das kennt Milka mehr, kauf die neuen Schleichwerbung. Ja, dann darfst du mich bringen. Wo ist das Stück Scheiße da? Eine Milka-Weihnachtskugel. Die rollen wir jetzt zum Weihnachtsmann, damit ihr an die ganzen Kinder verteilt wird. An die Hungerleidenden Kinder. Boah, ist was? Ich komme gerade nicht auf die Steuerung klar. Das können doch die Kinder selber produzieren. Eigentlich schon. Na, super. Wie fällt so ein Stück Scheiße irgendwo hinzurollen? Komm schon, man. Komm, komm mit der Gasmaske. Aber Kongas echt, eine kranke Sau. Ganz ehrlich. Kann man so sagen. Später wird es ja voll cool mit dem Krieg und so. Was spielst du da im Moment? Hallo? Pokémon Stadium 1 und Maxi. Ja. Ja, abonnieren! Meine 20 Megaabbon. Ich habe nur zwölf. Ich habe nur zwölf mehr als du, Alter. Ja, die zwölf, aber... Boah, ich dachte, ihr macht das schon wieder. Dann hätte ich in Controller eine Jacke geschmissen, hätte aufgehört zu Let's Plane. Hätte meine ganze riesige Karriere beendet. Oh, der war ja noch mal. Hauptsache TNT Scheiße reinstecken. Oh, nein. Oh, ja. Hätte man tief in die Rappen in den Scheiß reinstecken. Ich glaube, es ist ein brutales Spiel. Ich weiß, ob das Proton-Bil ist auf dem Jahr. So, jetzt kann ich noch mal scheiße Milka rollen. Jetzt neu bei Milka die scheiß Balls. Ja, okay, von Lint, damit wir gut aufteilen. Oh, vielleicht soll ich mich noch auf beschäftigt stellen. Ich schreibe die ganzen irgendwelche Leute an. Ich bin gerade im Scheiß runtergerutscht, auch nicht schlecht. So, endlich diese scheiß Partie. Ich habe keinen Bock mehr, Kacke zu rollen. Ich probiere das auch mal im echten Leben. Ob das wirklich so ist, dann muss es ganz viel Flauben essen. Und dann kann es zum Beispiel, das klappt auch so, diese Mistkirchen. Junge, ja, die Schokolade, die Schokolade, nein, aber wir sagen einfach, das ist ein Werk aus Schokolade, statt aus Scheiße. Genau, denn über das Großschokolade und das von großen Milka Brügel. Genau, gleich darauf. Der Milka Brunnen. Sehr empfiehlt. Sehr empfiehlt. Ich würde mich kaufen. Ja, auf jeden Fall. Würde ich mich nicht drin baden. Hm, die Vorstellung als Verlust lecker. Wirklich, ne? Nein, 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 nicht duschen. Warum habe ich jetzt Standbild? Was Standbild? Das ist nicht gut. Das Standbild, das ist böse. So, ich wurde schon wieder zerdrückt. Hast du gesehen, wie wieder zerdrückt wurde? Oder ist mehr mal Standbild? Ah, ja, ja, habe ich gesehen. Sehr gut. Das war lustig. Oh, blöse. Gott, nein! Das Stück Scheiß. Das Stück Scheiß ist nicht schön groß, ne? Ja, stimmt, das wird immer größer, das ist mir gar nicht vorher aufgefallen. So, ne. Oh, da oben ist Geld. Konkert die Welt sind scheiße, ja. Geldsüchtige Nutzung. Wie logisch. Geld liegt in Scheiße drin, ist immer so. Das wird immer so sein. Oh, was, ich kriege jetzt schon wieder eine Scheißkugel? Warum? Weil Milka lecker ist. Milka Scheißkugel. Wie komme ich da oben hoch? Boah, so, ich gehe vor. Boah, so, ich brauche erstmal Schokolade. Wo fiesig doch überall? Na, ja, erst will ich das Geld haben, wenn ich mir die Milka kauf kann. Ja, aber fiesig. Wenn Schokolade brauchst du, fiesig doch überall. Geflöpft sogar drauf. Wie komm ich da oben hoch? Sind das eigentlich riesige Mistkäfer? Ja, wieso? Aber die sehen aus wie Marienkäfer. Scheiße liebende Marienkäfer. Spiegelpreisung. Die Kurs ist doch hoch, gar nicht. Ich frage mich, hat ihn auch nicht hochkommen sollen. Das ist gut. Vielleicht auch einmal die Kieber aufspielten. Kann sein. So Mario-mäßig. Konker spielt doch Mario. Ja, komm her, Scheißkirfer. Wir kommen an das Geld. Brauchst du Geld. Braucht Geld. Doch, Konker braucht Geld. Konker liebt Geld. Um sich scheiß Kugel zu kaufen. Ja, ja, denn wir sind einfach. Wenn wir sie einfach. No. Linda. Eine Form von Lindt und Milka. Da ist auch Geld. wie komm ich doch hätten wollen so viel Geld du brauchst das Geld doch gar nicht doch ich muss meine Familie ernähren weil es sind gar nicht großartig ist das möglich ist das ein Schokolade kann kann auch nicht sein aber warum trägt er dann Gasmaske wenn Schokolade so ab als würde es mal ja auch Schokolade auf sein Leben besteht und warum trägt eigentlich eine Maske und warum liegt die über Stroh das Spiel ist so sinnlos auf jeden Fall kann ich jetzt in diesem Scheißhaus diesen Turmhaus Schokolade ihr braucht jetzt keine Maske mehr der ist doch mitten in der Scheiße drin war auf jeden Fall warum wird zu diesem kleinen Haus da scheißigeladen da ich hasse meinen PC Nein, tu ich nicht, ich liebe dich der muss ihr auch hassen der muss ihr PC auch hassen, aber welchen kompizient ist ja nicht mehr da weg ist er eine Hand aus Scheiße, ah ja ah ah, yeah, lecker seit wann trinken eigentlich Mist-Käfer-Tee oder ist das jetzt Pisse man weiß es nicht es war aber nicht die ganze Zeit keine Ahnung, ich krieg mir das doch nicht durch oh, dafür der hat doch Scheiße hat er 2 die wütend ein zu n das sie nur er wird nicht zwanzig mit so wie er mal nicht ich brauche man aber wie viel ist im spiel überhaupt 16 was das denn jetzt ist kein bloß los ist das ist das ist nicht geiler und das soll Popcorn sein versorgen wir diese diese Körner der Maiskörner ich habe gerade zwei Schokoladenstücke wie ich jetzt gegen so eine verfickte Hand ja in dem Lustigen zu benutzt die Hohelgebung 1 das war's mit dem Käse ich will nicht sterben ich will nicht sterben ich will nicht das Schokolade zu den Käse gelaufen ich weiß gar nicht wo ich mit dem Käse hin soll wir lassen ihn in der Hand wir sind doch schon mal ich bin games nein du bist so ich hab doch nicht gespeichert man ja ich muss jetzt wieder alles machen warte was das Jahr ist in Ordnung ich weiß dass ich Game Overview der Sensen Mann um auch ein bisschen Horrorspiel der Hohelgebung naja die 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 sich die Zinsenflüsse aus er hat bin in der Vorbereitung ist was haben wir heute gebraucht in den Sachen ist auch die Kielabäuble zahlen oder wo die Mörder von wir haben einen Rapport hier also schweiß Besucher von Mönchung mit dem Sektor hier ist alles am Spacken Mann naja ist in Ordnung erzähle mir nicht so viel dass sich dem Oberfläch weiß dass nicht oder bin ich nicht der Brunnen musste sterben L 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 Sturde voll zu L L L mit dem Udau immer durch den Udau wird um die Beine aber es war nicht gut aber wird besitzt erledigt und mit dem zweimal warum wird man die Krömer leiser Aber die Maus ist voll im Projekt, oder? Ach ja, ich schneid's einfach später raus. Na, schnall's doch raus, die Maus. Stille unter die Maus. Hä? Die Maus, die Maus. Ach, ne, das lass ich einfach drin, so. Da können sich die Leute angucken und denken, warum schneidet dieser Wixer alles nicht raus. So, ein Arschloch. Der will doch nur nicht let's playen, der will doch nur nicht let's playen. Weil das schon nur noch ein Abonnenten, weil du die Maus nicht aufgeschnitten hast. Nein, endlich kommt ab. Nein. Nur noch dich. Und Jazz, wenn ihr nen PC wieder hat. Oh, gib mir ne Tail. So, ich entsponnte dir, du? Wo kommt der mit dir? Merk mal ein Leben, oder was? Ja, ne, irgendwie so. Ich muss immer meinen Schwanz abgeben. Falls ich tot bin. Damit ich wieder lebe. Keine Ahnung. Da kommt mir ein böses Skelett. Ja! Jetzt kann ich mir das nochmal angucken, oder was? Du bist ja wohl verpönt. Aber du musst immer nicht so scheiß gucken gehen. Boah, jetzt werde ich erstmal speichern. Ja, ich hätte wohl einfach L5 drücken können, aber es wäre nicht so cool gekommen. Auf Pornos zu gucken. Ne, 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 ne. Ich bin jetzt wohl nicht schon wieder tot. Ne, boah. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben, weil das... Wenn die da behinderte... Laden! Okay, wer dieses jetzt mal kommt wieder. Ne, ich hab... Kann jetzt einfach... Boah! Warum wird mein Mikrofon so verdammt leise? Wie verdammt wäre das Käse so hoch? Das... Kann ich niemanden sehen. Bring me some sweet Korn! Boah! Boah! Ein Stück Käse, ey. Das wird schon mal aufgegessen. Ich hab auch keinen Plan, wo ich das Mistviech hinbringen soll. Wie wärst du das... Wärst du das Stück Käse mit zwei Augen? Wo soll ich das denn hin tun? Ich kann's ja noch nicht mal schmeißen. Ich will das nicht mehr haben, geh weg. Ich setz dich aus. Da gibt's so eine Käseklappe. Geh doch weg! Ich... Ah, jetzt kann ich's. Sollte ich das machen? Sie sind gescheißen. Ist jetzt das weg, oder was? Ich weiß nicht, was jetzt nicht passiert. Ich weiß auch nicht, ob das richtig war. Boah! Was ging jetzt ab? Der Stegel ist verschwunden. Der ist nicht wieder. Boah! Jetzt ist es tot. Oh! Nein! Boah! Puh! Ruhe deiner Seele. Ich werde jetzt einfach nochmal speichern, aber ich weiß jetzt nicht, ob's gut war. Reicht das jetzt was? Du verdammtes Arschloch! Wie viele Minuten? Wie viele Minuten? Das denn? Äh... 15. Äh... Wie lade ich nochmal? Wie lange wird der Part? Ja? Es sieht, oder nicht? Wie lange wird der Part? Auch ich werde den Zusammenschlag nicht 15 Minuten. Deswegen sagen wir jetzt ganz schnell schauen, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und sag auch schnell Schüss! Tschüss! 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 Tschüss!